ja hallo zusammen heute geht es einfach mal wieder raus wir haben 20 grad außentemperatur und die rufen einem förmlich dazu auf dass man wieder mal raus geht in den wald wir sind jetzt unterwegs im saabbrücker urwald und wenn ihr wollt kommt einfach mit und 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Es ist momentan echt fantastisch hier durch den Wald umzulaufen. Überall ist es laufen. Sieht wunderbar aus. Die Sonne macht gerade ein kleines Farbenspiel. Genial. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Und jetzt ist erstmal Zeit für ein Päuschen und dann brauchen wir jetzt mal einen leckeren Kaffee. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020